Ja, ich bin der Markus Kotzer, bin Bundessekretär der AUGE UG und sitze für die UG, die unabhängigen Gewerkschafter im ÖGB-Bundesvorstand. Warum bin ich da? Das eine ist für mich, Web2Null gibt uns die einmalige Möglichkeit, uns als GewerkschafterInnen insgesamt so etwas wie autonome, eigenständige Gegenöffentlichkeit, eigenständige Medien, um das verhältnismäßig kostengünstig zu verwirklichen. Das heißt, wir können Gegenöffentlichkeit schaffen, wir können versuchen, unsere Botschaften, unsere Inhalte, unsere Positionen dort unterzubringen, wo es unter Umständen die klassischen, traditionellen Medien diese nicht aufnehmen oder aufgreifen. Und dadurch erreichst du natürlich eine gewisse Zielgruppe, eine gewisse Interessentengruppe, die mit Internet, mit Web2Null was anfangen kann und kannst unter Umständen auch für gewerkschaftliche Themen, für betriebsrätliche Themen und für gesellschaftspolitische Themen, wie Gewerkschaftspolitik einfach interessieren. Das ist für mich auch der Grund, warum wir heute da sind, zu schauen, was machen andere BetriebsrätInnen, was machen andere GewerkschafterInnen, wie agieren die und was haben die für Erfahrungen damit, was gibt es für positive Aspekte, aber wo gibt es auch gewisse Illusionen, die auch Web2Null nicht realisieren können.